Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Action geladenen Folge mit Star Rater L Ich mein mit, äh, Yoshi und Lukas Leute, Stein! Wenn du mich sagst Aua, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Lukas, dann ist auch tot Lukas, Lukas! Sch, 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 Vicky! Aaaaah Sch, 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 sch... Oh Gott, das ist Stein! Wow! Aua, nein, nein, nein! Aber du limmst noch, Yoshi, ich bin nicht mehr. Nein! Nein! Daniel, du schaffst das! Stein! Hinten, hinten, hinten! Stein! Warte! Ja, gut, Stein! Ja! Ich muss von dem Gegner wegrennen, ich hätte kein Schritt zurückgehen können Stein! Ich werde jetzt einfach nochmal drauf Äh, Stein, komm, Stein, komm! Ich muss den Kleinen weg haben Und so Er ist tot Wir sind jetzt unter die Hälfte Ja? Danke So Das ist ja meine Aufgabe, Stein! Das ist ja meine Aufgabe, Stein! Wir sind unter die Hälfte! Alter, nicht mich, fokussend, fokussend die anderen, die sind mit Tanki Stein! Nee, das hat mich noch erwischt Aber du limmst noch, du limmst noch Ja, aber trotzdem, der Kleine, der war sowas von Outrange, der hätte mich gar nicht machen dürfen Stein! Ja, der ist ja gut Ja, warte, warte, Joschi, warte Da ist er auch schon wieder Stein! Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin mittlerweile abgegangen Alter, in einem Boss, in einem Boss falls zwei Level Ahhhh Warte mal, warum die Steine eigentlich können Je weiter der Lola ist Stein! Dann, du müsstest das doch einen Blick haben Oh, nicht für dich Ja, keine Ahnung Ich achte da nicht drauf Ich brille nur Ich brille nur Stein! Schere! Stein! Papier! Schere! Stein! Papier! Boah, wie der Kleine uns immer noch fast anhittet, ey Mach den Großen, mach den Kleinen Aua! Ja Der Kleine Mach den Großen Stein! Nee! Beide vorher am Kopf gekriegt, hat Ding Beide noch am Beide noch überlebt Hopp, Lukas, nimm das Ding Lukas, nimm das Essen Nimm das Essen Nein, nein, nein Okay, dann hätte ichs nehmen können Stein! Okay, ich verrecke gerade Na, ich verrecke nicht Ich hab ja noch genug live Ich bin aber groß, ich bin groß Zack Machst du Essen? Dreck mal hier Den Kleinen Kombon Na? Äh, Stein Alter, ja direkt Direkt Okay, okay Nach diesem Bossfight Einfach Punkte vergeben Zehn Stück Stein! Ganz ehrlich Ich mache morgen auch Auf dem Eifel Ich bin so Stein! Stein 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 Ich glaube, ich muss noch nicht koordinieren Okay Kann jeder Ja, das kann mein Fehler Los, ich krieg den Stein Ich glaube, es war nicht so geplant, dass man den Boss so macht Guck mal, der sabbat schon Der sabbat schon Der sabbat schon Weiter, 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 der sabbat Stein Stein Der hat diese lila Farbe Der hat diese lila Farbe Von Banzana Richtig zu gucken, wenn wir also Kreis Ja, genau Der putzt schlecht seine Zähne, der Endboss Ja Und je mehr wir ihn kaputt machen, findest du schlecht, da putzt er die Stein Oh 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 Ich freue mich schon auf meine Punktvergabe, ich werde das richtig spannend machen, ich werde den Tank machen, dass es voll ist und dann wieder auch die Magie voll machen Und dann scheiß ich auf den Oh Ich weiß nicht, auf den Rest habe ich gesagt Ja, die lebt du noch? Na ja, ich klop noch weiter auf den drauf Ich krieg den Ja Ja Oh Lukas Drauf 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 Ey, lass dir noch ein bisschen ziehen Nee, komm, ein letzter Schlag, letzter Schlag Der ist los Ja, der ist los Sag nicht, wir müssen die Halt pro Bau noch machen Es geht auf Wir haben ihn Ja 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich muss sagen, wir haben 10 Minuten für das erste Drittel gebraucht Und haben 5 Minuten jetzt Was für Yoshi? Wo? Ich bin behindert Oh mein Gott, ey, wir haben es geschafft, ey Vielleicht sollten wir uns mal levelen, außerhalb der Aufnahme an Yoshi anpassen Ja Oh mein Gott, wir haben es geschafft, ich bin so, ich bin so dankbar, ey Ich weiß nicht, ob wir es dankbar sind, ich bin so dankbar Oh mein Gott, jetzt lassen die wir im Opa stehen Oh nein, die holen den fetten Scheißkerl raus Nein, ich bin fetten Ey, den haben wir doch umgebrochen Nee, der lebt noch, wir haben den nur eingesperrt Aber der ist doch jetzt nicht mehr frisch Der ist nicht mehr frisch Ja doch, scheinbar schon Der ist... So Lukas, du darfst ganze 6 Punkte vergeben 6 Punkte Dadam, dadam, Verteidigung Yoshi Guck mal, guck mal, das ist so viel Verteidigung wie du hast fast Ich darf wahrscheinlich gar kein paar geben, weil ich immer hinten war 2, oh, oh Das heißt, ich bin im Level sogar 3, äh, Dings, ne? 3 Level gestiegen Warte, wir können runter Wir können runter, wer lenkt? Ich mach, ich mach, ich mach Warte, sollen wir erst von dem Boot zu den Tieren vielleicht einmal kurz? Äh, achso Mal gucken, was das eine Tier kann Das wäre natürlich interessant Ganz unten, glaube ich Ganz unten, glaube ich Oh, ich will erstmal... Oh, okay Ich will auch noch einmal Komm, wir machen erstmal Schmitt Komm, wir machen erstmal Schmitt Äh, das Schmitt, das Schiff Bitte, bitte Lukas Wir müssen erstmal ein Schiff Wir wollen das erstmal sehen Ja, ich und ich Oh, ja, ich, äh Das erinnert mich so ein bisschen, als ist ein Squid 3 Wir können weiter, oh mein Gott Los geht's Oh Los geht's, los geht's Ohne dieses Fanrohr wäre es nie gelungen Okay, das zum Lenken, okay, klar, das verstehe ich ja, ne? Oh, wie geil Okay, es ist so irrelevant, dass hier gerade das Essen drin ist in den Kisten, ne? Oh, ist das geil Alter, wir werden beschossen Vorsicht, ausweichen, 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 ausweichen Huh Ja, ich nehm mich nicht Äh, können wir nach Oh, wie es wackelt, wie cool das ist Können wir nach rechts gehen? Oder müssen wir jetzt die ganze Zeit nur ausweichen? Diese Musik Achso, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Musik aus Regne! Alter, Ninjas Wir müssen ausweichen, wie das ist halt Wir können nicht nach rechts und links Alter, dieses Wackeln, ne? Als wäre die Steuerung schon nicht beschissen genug, ne? Ich weiß nicht, wie ich lenken soll Es leckt Oh, auf andere Spielerwarten Ja, supi Ja, die Bots sind ja kacke Alter Wie die Ninjas einfach teilweise zu Holzblöcken werden, wenn sie sterben Ja, weil du nicht getankt hast, Junge Wir machen überhaupt keinen Schaden Ja, weil du nicht getankt hast Lukas, du hältst jetzt ein bisschen was aus Lukas, du hältst jetzt ein bisschen was aus, wenigstens Oh mein Gott, ich bin mir ganz unnütz Oh, ich bin mir ganz unnütz Wie? Ich war gar nicht unnütz Oh, doch, das war schon Voll den Damage gedealt Ihr hättet eben eine halbe Stunde gebraucht ohne mein Damage Ja Ja, das stimmt Wir haben eine halbe Stunde gebraucht Sag meine Tatsachen Verdreh die Tatsachen nicht so, dass sie wieder richtig rum sind Ich darfst du auch damit Ich seh nichts Ich seh mich nicht Alter Der hilft Schuriken Der hilft Schuriken Der hilft Schuriken Wer ist Schuriken? Wer ist dieser Schuriken? Was hat er mit den Ninjas zu tun? Ich muss meine Haare in das Ohr streichen Ich kann es nicht hören Warte Du musst mein Bart in den Kinn streicheln Nein, ich muss das wirklich sein Ich kann es nicht hören Weil ich dann meine Haare davor habe Davor Jetzt weiß ich wieder welcher ich bin Jetzt kann ich auch für ein Bild auf alle Tassen fliegen Leute, wir werden jetzt das ganze Essen verbrauchen Mal wieder alles die euch hier schuld Wie die Ninjas da hinten jubeln Und jetzt gehen sie unter Wir gehen unter Wir haben so kein U-Boot Ja, genau Wir haben es geschafft Oder? Ja Wir haben die Eberport gemeistert Meine Schaufel Oh cool, ich habe wirklich eine Schaufel gekriegt Guck mal, jeder hat eine Schaufel Da vorne ist noch eine Schaufel für dich Ich bin auch eine Schaufel Ja, wir haben alle eine Schaufel Wir können die nutzen Warte mal Warte, was können wir damit machen? Geld ausgraben So, wir werden jetzt nur hier Wir bleiben hier Scheiß drauf Sorry Warte, aber hier vielleicht? Da ist ein Kreuz Das möchte ich mal haben hier Ja, beim Kreuz ist bestimmt was Na? So, jetzt habe ich es aber Oh 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 Danke Na gut Aber Die hat man jetzt dauerhaft Das ist cool Oh mein Gott, das wird ich essen Hu Alter, dieses Furzgeräusch Ja, genau Alter, das ist nicht Das ist nicht Das ist wirklich Das wollte mich essen Alter, hier ist Treibsand Was? Der Sand Oh Alter Schwede Da ist, guck mal hier ist Alter Alter Typ Hütten Oh, guck mal wieder raus Ja 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 Genau Lass mich graben und klau das Geld Ach, ihr ist süß Okay, die Viecher können nichts Das ist doch alles ganz anders Das können nichts Wir brauchen einen Hit Das ist mein Erdloch Ich erneut, die hat noch Griffweiß Wahrscheinlich können die die vergiften Und das ist doch schon. die saubgefährlich Alter Gebe mir vorbei Jetzt die griffweiß Ah, ne ich grabe nicht Ah, ich kann die spätrücken Danke Gib mir da doch mal, ich hab Hunger Das ist mein Erdloch Ich beschütz dich Ich schütze dich auch, danke. Danke, Joey? Ich hab gesagt, das war mein Erdloch. Ich podel das aus und dann Klaus gemacht. Und das war auch noch Geld. Danke, Gashi. Von dem du mehr als gut hast. Gib das mal Lukas, das Geld. Der braucht's noch. Der braucht noch die gute Waffe. Ihr habt die Garten. Warte, Deutschland! Ich wusste nicht, dass wir in einem Koop so unkooperativ spielen könnten. Das wusste ich nicht. Ich finde das gut, ihr krabbt aus, ich bekomme die Sachen. Mir gefällt's. Du wolltest doch die ganzen Sachen haben, also kriegst du auch dieses komische, hütterfressende Viech. Behalt es, es ist deins dein Ding. Wir haben danach gebuddelt, jetzt ist es deins. Jetzt noch ein furzendes Viech. Warte, ja, treib dann. Oh Mann, das ist so gemein. Warte, das Ding verliert nicht. Da ist noch ein Birchmann. Ich aus Reflex einfach über deine Feuerkulie gesprungen. Ey Leute, guck mal, da ist ein Loch. Danni, buddel du doch mal. Danni, geh mal weg da jetzt. Danke. Ohne Scheiß. Warte, Essen. Ja, aber du bist fast vorne. Das stimmt. Guck mal, da ist ein Loch. Ja genau, buddel du mal, während du dir noch komischer Gegner hier rumkauts. Du musst aufzurücken, ne? Danke. Danke, danni, danke, danke. Oh, ganz ehrlich, wie soll das mit meinem Geld? Ich hab so wenig. Das ist voll, ich glaub so wenig. Oh, ich hab gerade SMS bekommen, ein Moment. Pass dir mal weiter. Das ist deine Mutter. Das ist deine Mutter. Ich hab ihr gerade geschrieben, du sollst aufhören damit. Ja. Ja genau, wie das fliege weiße Flagge. Also wenn ich jetzt hoch bei Twitter schauen gehe. Gibt euch Spaß. Hast du das gesehen, Lukas? Mit der weißen Flagge? Alter, die fliegen sich einfach völlig nach vorne. Alter, die können fliegen. Kennst du ja auch den Blödmann. Das wusste ich nicht. Der war Blödmann, Frau. Nein. Weil du kein Blödimann. Blödimann, ja. Blödimann, ja. Blödimann ins Viechen. Lasst mich in Ruhe, ihr scheiß Viecher. Die sind so eklig. Die sind auch die Yoshi. Jetzt mock mich nicht, weil ich zugenommen hab. Guck mal, der ist schon Kassel geworden. Wenn ihr irgendwann schon mal wissen, wie Yoshi aussieht, schaut euch diese Viecher an. Aua. Die sind die Stacheln, oder? Nein, die fetten, hässlichen. Die ich ganze Zeit dazu bringe, dass sie die weiße Fahne schwenken. Aber Yoshi, ihr kannst fliegen. Sie ist positiv. Hier ist ja schon wieder eine weiße Fahne. Zack, das ist auch meiner. Wir können weiter. Nein, können wir nicht. Ich kann gleich wieder ein Level auf, Yoshi. Mach mal die Skorpione da weg. Ja, mach mal die Skorpione da weg. Oh, guck mal, jetzt kann ich das Ding nicht machen. Dann ne. Ich kann ja nicht so. Dann kann die das machen, tut mir leid. Ne, das geht's doch nicht. Ich glaube, ich muss die Skorpione hier machen. Ist okay, ich bleib hier. Dann geh ich weiter. Ich grabe nicht. Okay, dann grabe ich. Ich auch nicht. Oh, dann beschütze ich Dani dabei. Den graben wir jetzt alle nicht. Danke. Oh. Ich werd keiner wohl den Ernst hab, dann ich werd keiner mehr buddeln für dich. Oh, Yoshi. Das Ding, wenn ich jetzt noch nicht hab, ist deins. Kannste haben. Hä? Verrekke an dem Viech. Ich bin tot, bin links tot. Ja, mach erst mal ein paar Finger. Jo. Level ab. Ne, ich drück das nicht mehr. Ganz vergessen, ich lass mich lieber treffen. Nein, ich lass mich lieber treffen und erzähl das zu geben, was da drin ist. Nein, geh weg. Ich bin weg. Ne, das ist nicht weit genug. Du musst an den linken Bildschirm ran. Will ich haben. Niemals nen Schuh gönnt er mir. Den hattest du ja schon wieder. Ich buddel nicht mehr. Ich könnt's vergessen. Ich buddel kein einziges Mal mehr. Oh, Yoshi. Vor allen Dingen geht es dadurch eine Menge Geld und Essen für. Danke. Ah, fick dich. Ja? Ist ja nicht so, als bräuchte Lukas noch Geld für... Eine Waffe oder so? Eine Waffe. Ja. Ich hab welche... Dann darfst du doch nicht beschweren, wenn ich was kenne. So, ich kann die Gäste machen, keine Waffe. Du hast Magie. Ich hab das. Naja, aber die Waffen bachen auch die Magie, ne? Das ist es ja. Und die Geschwindigkeit ist auch noch besser. Oh, ein Apfel. Oh, schade. Das ist schön. Piki? Ja, mach. Warte, warte, ich kicke ihn nicht. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Warte, warum grabe ich? Ich bin zu graben. Warte, warte. Klasse, warte, warte. W-machen. W-tot zu machen. Dankeschön. Oh, danke. Kommt ihr? Oh, guck mal, da kann man graben. Ja, grab doch mal. Ich grabe nicht. Ich grabe nicht. Ich grabe nicht. Ich grabe nicht. Das hätte ich jetzt aber verdient, wenn er Geld rauskommt. Das wäre egal, was rauskommt, Lukas hat es verdient zu kriegen. Ja, geschehen. Das war sogar wirklich... So, das war jetzt immerhin ein Hundertstel von dem, was du uns schon geklaut hast. Das stimmt nicht. Passt. Na, das stimmt nicht. Tut mir leid, das ist nur ein Zweihundertstel. Ne, ein Zweihundertstel ist ein Hundertstel. Dann würde ich jetzt schon über tausend Sachen haben, tausend Geld. Du weißt keine Shoppen, Dani. Das stimmt nicht. Du kommst mal in den Waffenholz. Ich brauche mir jetzt die Pankerfausch. Ja, was soll ich denn machen, wenn der Kröhr? Da ist ein X. Ein X-Market ist schneller. Hä? Wo? Hier. Dann haben wir eben gegraben. Dann haltet ihn weg, ich grabe. Wenn du wenigstens sagst, dass du dich nicht klaust, dann müssen wir ja graben. Wenn du wenigstens sagst, dass du dich nicht klaust, dann müssen wir ja graben. Ich klau nicht, meins. Oh nein. Ich will ja eure Sachen nicht klauen, aber wenn ich es zuerst sehe, ist es meins. Ich würde es nicht klauen. Oh, ich habe zuerst gesehen, was aus dem Loch gekommen ist. Mein X! Ich wurde schon, also es ist meins. Ich habe zuerst gesagt, ich habe zuerst gesagt. Mein Fisch! Ja, ich habe einen Fisch! Ich habe nichts als einen Giraffen-Fisch. Tierquäler, Tierquäler, Tierquäler. Joschi ist ein Tierquäler. Joschi ist ein Tierquäler. Oh Gott, keine! Wo bin ich eigentlich? Achso, mittendrin natürlich, ne? Nein, ich bin nicht! Alter! Mein Apfel! Was macht dein Fisch eigentlich? Weißt du das? Hast du schon irgendwas gemerkt? Nö. Das ist ein Giraffe. Das ist ein Giraffen-Fisch. Fliegende Giraffe. Oh! Geil! Oh, du hast unser Gegner? Einen Uuuuhu! Einen Uuuuhu! Einen Uuuuhu! Einen Uuuuhu! Ey, ihr seid in der Busse, ne? Einen Uuuuhu! Ja. Weiß wir so. Ihr könnt, wir können Sprengelass-Fisch machen. Alter, du bist wieder so koppig. Jaaa, wie locker wir das machen. Hauptsache, Vulkangegner ist... Oh, oh, Steinblechter! Ihr meint, bisschen hängbraucht ist richtig schwer und jetzt so easy. Easy, easy. Like a Chameleon. Squeezy! Ja, alles so. Einfach die ganze Zeit springen, dieses scheiß Vieh kaputt machen. Ja, ist so. Das ist doch ein Endgegner. Ja! Du brauchst mir so eine Zwischenbeschäftigung. Ich bin der Endgegner. Kann auch eine Zwischenbeschäftigung sein. Ey, ey, oh, mich kennt jeder. Ey, ey. Alter, die schießen, die Aliens. Hört ihr wohl auf damit? Ist egal. Macht trotzdem den Schiff Schaden. Das ist irgendwie easy. Hört ihr auf das Geld einzusammeln? Selbst ich bin grad nicht aufs Geld fixiert. Muss schon was heißen? Ich hab die Fischen mit 260 gestartet. Lukas, Lukas, Essen! Lukas, Essen! Prost! Danke! Das stimmt gar nicht. Oh Gott! Ich hab mir zwischendurch noch was im Shop gekauft. Bei Heilsfränke. Ja, ich hab ja auch was im Shop gekauft. Ein Heilsfränke hat sich das nicht durchgekauft. War zwei. Genau wie ich. Die kostet nicht viel. Aber trotzdem hast du in dieser Session noch 130 gemacht. Und ich hab minus 10. Joshi auch! Kann er euch schon knapp lesen? Doch. So, wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Stimmt, hat er nicht. Wir haben's. Wie bin ich denn eigentlich da? Ha, locker, easy. Äh, wollen wir einen Cut hier machen? Ach ne. Was? Noch mal? Ich will dann die Aufnahme nämlich beenden. Ach so, okay. Dann machen wir das Level 10, ne? Ja, deswegen. Dreck dir noch so ein UFO. Kriegen wir hin. Nein, also wenn er von der letzten 10 kommt, wird's doch nervig. Ich glaub, das hält mehr aus. Nee, hält's nicht. Ich seh mich gar nicht mehr. Ich hab einfach nur... Okay, man kann auch von dem Boden aus angreifen. Oh, war's nuch. Bleib doch mal hier, UFO! Wo? Wo kriegst du die her? Ähm, ich bin im Boden. Du darfst nicht leben! Hör auf zu leben! Hör auf zu existieren! Das darf ich gar nicht geben! Hör auf zu leben! Das ist das Mittelalter! Drück in die Zukunft mit hier! Das ist irgendwie das alte Ägypten hier gerade. Ist ja eigentlich auch egal. Also, ich find's, das sieht eher aus wie Alaska. Wir haben's! So. Oh, jetzt noch eins. Wetten? Nee. Oh. Hä? Jetzt kommt noch eins. Okay, das... 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 Das sieht ein bisschen schlimmer aus. Hi. Fuck you! Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Geh mal rein. Ich will rein, ich weiß, was passiert. Ja, genau. Ciao! Wuuu! 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 Vielleicht müssen wir da rein, Leute! Geht mal rein! Wir können ja nicht gehen kämpfen. Wuuu! Und verloren! Ja, aber ich wollte wirklich sagen, vielen Dank bis zu uns, bis zum nächsten Mal, oder? Ist es hier ein Cut? Wahrscheinlich. Zum Wut spielen wir das Level noch mal bis hierhin und aushalten. Bis zum nächsten Mal. Tschau!